Filmpuls. Alles über die Kommunikation mit Bewegung und Emotionen. Also am 13. September ist die Flotte in München. Es ist eine Notenkonferenz, wo es eine Konferenz, auf die zwei Industrien oder zwei Felder zusammenbringen sollen, nämlich Marketingleute, Unternehmen, Agentur, Freelancer, alle die mit PR, Werbung, Kommunikationsbehandlung, also Kommunikationsprofil zusammen, bringt mit dem anderen Feld, nämlich Film, Fertigen aus der Filmbranche. Also Drehbuchschreiber, Dramaturgen, Kamera, Regie, Produktion. Und die Grundidee ist entstanden, es gab eine Podiumsdiskussion. Ich saß dort zusammen mit dem Macher vom Filmcamp, das ist eine andere Konferenz, die machen Serien in den Konferenzen. Und der ist auch über Storytelling und ich auch. Und ich komme ja aus dem Marketing und danach meinte der so, sag ich mal, die so riechen wir ehrlich nicht miteinander. Beide Industrien sprechen ja massiv aus Storytelling. Und die sprechen aber eigentlich gar nicht miteinander. Das stimmt ja auch. Filmleute treffen sich bei einem Filmfestival. Und die Werber, PR-Late, treffen sich auf ihren Konferenzen, kann Lions, auch da ist es, was ich mich ja schönen kann. Also im Mai ist ja immer das große Filmfestival. Und dann so im Juli, also vier Wochen später, bauen dann die Werber ihre ganzen Sachen neu auf und machen ihre eigene Wette. Und weil das Wegbild immer so wichtiger wird in der Kommunikation, in dieser Werbe, auch vor allem in der Unternehmenskommunikation, das kommen ja um Filme, Mietchen, irgendwer herum, aber auch Geschichten erzählen dort, was ich mich gehört. Ich glaube, das Ganze scheint, dass sich die beiden Felder mal treffen. Und das soll die Plot garantieren. Da gibt es Vorträge, es gibt Blogs. Es gibt viele Diskussionen, wo man sich aneinander wehrt und man schaut, wo man sich gegenwärtig helfen kann und unterstützen kann. Ich bin eine von zwei Kuratoren sozusagen. Gerhard Meyer kommt von der Firmenseite. Er ist den Macher des Serietends. Ich war 25 Jahre lang in der PR-Agentur, Chefführerin, Creative Director und betreue quasi jetzt alles Inhaltsmittel, was von der Marketingseite kommt. Zum Beispiel so ein Thema, Einpädel, das heißt, wo kommt man sich zu viele Ideen her, weil viele Unternehmen, wenn ich mit ihnen zusammenarbeite, stellen meistens die gleiche Frage, wie kommen wir überhaupt auf Stoff für Geschichten? Und wo kommen die Geschichten eigentlich her? Manche, glaube ich, stellen sich das so ein bisschen wie so ein Bauchharten mit einem Ziel vor, so wie man halt die Unternehmensberater, die oft ja auch mit einem reinen Modell kommen. So ist es aber bei Geschichten. Es gibt ganz unterschiedliche Ansätze. Und auf dem Panel sitzen fünf Profis. Dort sitzt ein Drehbuchautor, dort sitzt ein Markentrofi, also der Markenbau. Dort sitzt ein Narrationsforscher, der von der Lebenskommunikation kommt. Fünf sind Dokumentarfilme, ein Journalist. Und alle fünf erzählen aus ihrer Praktik, wie sie Geschichten finden. Und dann werden wir ein kleines Briefing von der Firma haben, die also eine Kommunikation mit Aufklärung hat. Und diese fünf erzählen mal, wie sie jetzt da rangehen würden. Um also zu demonstrieren, dass es natürlich auch Geschichten überhaupt kommen. Also in der Filmwelt, wo das für ein Drehbuchautor völlig eine Selbstverständlichkeit ist, bis es für Unternehmenskommunikatoren schon ein neues hält. Weil die kommen ja aus der Ankündigungskommunikation. Also immer ein neues Produkt, ein neues Trick, ein neues Video. Dann wissen die, ah, jetzt habe ich einen Anlass, jetzt habe ich einen Stopp zur Kommunikation. So ist ja, funktioniert aber nicht nur Ankündigungskommunikation, sondern arbeitet ja ganz anders. Und sowas demonstrieren wir dort. Und das ist zum Beispiel meine Aufgabe, die Sichtweise von Werbe- oder Praktikumleuten reinzutragen. Werder Gerhard, Gerhard Mayer, der kommt aus der Film und bringt, und dort bringt eben die Sichtweise rein. Bei dem heißt ein Thema, Land ohne Storyteller. Können wir als Deutsche überhaupt gut Geschichte erzählen? Oder sind wir dann nicht viel mehr gute Autobauer, aber wir können uns darüber erzählen. Weil viele gute Ideen kommen aus den USA und werden im Essen, also deutschsprachigen auch nur kopiert. Also das ist so ein bisschen dessen Sicht. Also wichtigerweise sind das eine genaue Diskussion, die sind da aber auch. Die ganzen Awards, wenn man auf die Awards schaut, ganz viel an ist. Viele Skandinavier gewinnen dort und genau die zwei Kreativzentren in der Werbewelt, die aber auch in der Filmwelt ganz stark beobachtet werden. Viele tolle Ideen. Filmideen kommen ja auch aus Skandinavien. Das ist eine ganz interessante Verlust. Hier von uns hat das so ein bisschen eine andere Blickweite und wir sind die Inhalte zuständig. Also hier gibt es zwei Gründe dafür. Einmal, ich finde, das Wort Story ist über zu benutzen. Also das ist unfassbar alles, nein, mittlerweile Story. Ich habe den Eindruck, oder mir fällt auf, dass die Menschen das so verliebt haben in den Begriff Story, dass er so wahllot wird. Zum Beispiel in der PR nutzt man früher stark den Begriff Kernbotschaft oder Botschaftenarchitektur. Das ist jetzt alles die Story eines Unternehmens. Auch Markenkern ist so ein Markencharakter. Auch das ist fast gar nicht mehr, sondern das ist jetzt die Story der Marker. Oder wenn jemand einen guten Argumentationsfaden hat, also wenn er sein Interview oder seine Fettdarstellung, wie er sich präsentiert. Auch das heißt jetzt die Story vom Unternehmer oder vom Sprecher. Also dieser Begriff ist überall so ein bisschen rübergeklatscht, weil wir ihn ja begeben. Und dann fand ich das auch ein bisschen, als gut, dass es nicht Story heißt, weil ich den Blut noch zuerwählen würde. Der zweite Grund ist aber auch eher inhaltlicher. Genau wie du sagst, Plot hat ja im Spiel seine Rolle und das zeichnet, dass was wirklich passiert. Also die Handlung, den Handlungsstrang. Es ist nicht unbedingt die Bedeutung des Films. Und diesen Begriff zu nehmen, hat schon was damit zu tun, auch mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Was Geschichten denn eigentlich erzählen heißt, dass es da mehrere Geschichten gibt, dass man da mehr auch erfahren muss und auch andere Techniken kennenlernen muss. Darum bin ich ganz gut gewählt. Und er macht auch neugierig. Und ich glaube, unsere Webseite, die ja What's the Plot heißt, hat uns genau danach für Aufmerksamkeit gewirkt. Es geht nicht mehr um, es geht nicht mehr um Product Placement, das ist ja auch noch auf diesem Markt, aber bei der Plot 18 geht es nicht um so was wie Product Placement. Es geht auch nicht darum, dass der Kreative da seine Kreativität abgeben muss und System der Zahl komplett unterordnen muss. Es geht darum, dass Unternehmen da draußen Händeringen nach guten Geschichten suchen, um selbst auf ein Netz Aufmerksamkeit zu bekommen, selber Publisher zu werden. Es geht nicht mehr Content Marketing, völlig neue Vermarktungstechniken, Vermarktungstechniken brauchen authentische Kreative-Stories. Und wir sind bei weitern nicht mehr das, dass man so einen herkömmlichen Werbefilmsektor akzeptiert. Film Puls. Alles über die Kommunikation mit Bewegung und Emotionen. fait es für mich! Das war's für mich! Das war's für heute! Vielen Dank.